ein thermo visier bringen es sei jetzt schon ein vorteil selbst wenn du geblendet wirst dann nimmst du es mal kurz runter also ich habe das gemerkt ich habe ein visier drauf jetzt auch beim aws das ist krass ich weiß auch warum wo die wo die so gut trifft es ist auch skill wo die aber man trifft sehr viel leichter man kann ja durch nebel also durch rauch durch alles natürlich warum sollte ich mal keinen vorteil verschaffen von was noch mal die dort ihr habt vorteile von denen ich nichts weiß kein wunder dass ich so schlecht bin warum geht der sound nicht ich könnte kotzen es geht immer noch nicht nur noch nektur müsste man rausschmeißen oder da sind wir komplett in einem team ja ja ich muss aber sowieso noch einen neustart machen weil ja ich habe kein bluescreen wie wo die ich habe es auch probleme das denn nur was ich darf es nicht gut und jetzt los hier ach da ist der thomas sie hier ist der thomas die wollte nur ein bildchen schicken das ist mein pancher den will ich jetzt haben zwei eins da komme ich jetzt noch nicht ran lanze ich starte aber gleich neu weil das ding liegt immer auf dem anderen schrank das lädt gerade ich verstehe das ich bin schon mal in position nur zur information zum rausspringen meinst du ja das könnt das könnte relativ flott passieren hier ja technik omega kannst du mir erklären warum das sound ab und so wird jetzt weg geht bei battlefield das ist das ist die map glaube ich ja ist der sound bug den kommst du immer noch nicht fixen können weil sie nichts können verarschen kann ich mich selbst es ist wirklich so das war davor in der map auch schon also liegt es nicht an der map ihr habt da bestimmt sound also glaube ich sound daher ist immer recht unterschiedlich ich fahre mit omega in dem großen bus ich habe gedacht ich nehme die einfache variante hier ich habe ein ganz mieses gefühl wo die gesteigt lieber aus schrauber ist getroffen getroffen ja ich bin nur ausgestimmte was war das sind wir raus ich bin mal raus war ein kleiner seehund fuß voll gesichtet im moment gucken auf die map da ist jede menge drauf was macht der panzer ist ja gleich kaputt ich bin schon raus ja alter was geht da ab von der treppe bitte was ja fäkal wird ja bitte nicht ich habe es ausprobiert deswegen war so lange der pausenbildschirm der nächste stream zeigt dann auch bewegte bilder es tut mir leid ich muss jetzt erst mal stoppen ach die nade zu schmeißen dauert 100 jahren wenn die maps wirklich kommen bin ja gespannt aufs design ich habe meinen ruckeligen ich kriegs als nicht geregelt hier keiner sagt was doch jeder spricht mit dir alle sprechen mit der alte tattelkreis ruckelbob wenn wir mal raus machen würde mich hassen ob das so intelligent ist da hinzulaufen ich sag mal nein auf b ich komm mit in sicherem abstand komme ich mit aber mit intelligenz habe ich mich noch nie ausgezeichnet täusch mal bitte links an das bild ist sehr lege ja jetzt nicht mehr auch noch das war übrigens rechts wenn du denkmal ein toster oben kann es sein wenn ich die bitrate zu niedrig habe dass kein sound mit übertragen wird nähe danke puma für den ja trotzdem hören es ist ja gleich vorgelesen das ist mein altes tab problem beim battlefield mein gutes altes tab problem ist das bei hardline verbessern dann spiele ich hardline das ist scheiße hin und her getappe aber auch nur das einzige spiel was so scheiße das ist nur battlefield 4 alles andere läuft sahne gibt es keine probleme und wer möchte wirft ein euro und die sparbüchse für bad company 2 das müssen wir den nächsten auch mal spielen ich hab zu dann sind wir mit tatkräftige unterstützung weiblich und kräftige unterstützung damals ach das war so toll ich bin eigentlich meiner gewesen aber gut ja doch jetzt einfach mehr so ich sehe da gar nichts scheiße das ist schlecht da war doch irgendwo ja da kommt auch schon die frage ob maria mitspielt ich bin ich bin dann mit der aktiven mieter bei betkampen um 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 jetzt um 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 alle die jetzt hier noch beitreten wollen, da müssen wir so ein Aufnahme-Ritual ausdenken, ne? Ich muss dann Woody entscheiden. Tipps sagt, das ist ein Unfall für die Gegner. Ich weiß zwar nicht, worauf er sich jetzt bezieht. Was hast du gesagt, Felix? Ich hatt's nicht verstanden. Wir können's doch einfach aiming-abhängig machen. Ja toll, dann bist du gemein. Wir wollen ja, dass du mitspielst. Ja. Wir haben einen frechen Tag. Das ist alles gut. Ist mir gar nicht aufgefallen. Alles gut. Ne, der Felix war der Erste. Wir wollen sowas mehr ein Tage gehen. Also der Speed freut sich auf alle Fälle auf den Stream von euch. Ich hab grad meine Runde gewonnen. Welche Runde? Ich zock nebenbei auf'm Handy. Ach so, okay. Bad Field? Nein, The Witcher Battle Arena. Ach so. Klappt nicht genau. Wieso ist das unfair, wenn ich Bad Company 2 mitspielen würde? Warum ist das unfair für die Gegner? Weil du zu gut bist. Maria, du bist zu gut. Das werden da total untergehen. Oh man, das gibt's doch gar nicht. Nur in meinen Träumen. Ich bin überrascht, ich hab 16 Kills gemacht. Und bin nur einmal gestorben. Davon träum ich. Ja, ich mach ein MOBA, also von daher. Da kannst du dich mit Felix unterhalten. Der ist der MOBA-Chef. Der MOBA-Master hier unter uns. Bitte was bin ich? Der MOBA-Master. Also Dota ist ja ein MOBA-Game. So meinst du ja. Ja. Ey, heute bin ich irgendwie, glaub ich, nicht so gut drauf. Wer das denn? Was das denn? Oh man. Hier ist doch noch irgendwas nicht gut. Ach doch, irgendwie klingt. Was ist der denn? Hm. Irgendwie weg. Das passt alles. Erstmal beenden. Gut, dann kann ich raus. Ich rausch das nochmal bei Twitch. Geh mal rüber auf die, oder? Ich greife dieses Einsatzziel an. Ach doch, wenn ich hier auf die Map gucke, dann wird es schwierig. Pass auf, hinter dir. Rakete ist in der Luft. Haltet euch bereit. Nicht so einfach. Oh, ich habe einen gewischt. Ist ja Wahnsinn. Gut. Sehr schön. Das klingt so, als würde Felix einen Stream anschmeißen. Robo Felix. Stopp. Also ich würde sagen, er sagt tschüss. Geht's jetzt? Was das denn? Das ist Robo Felix. Kennst du den noch nicht? Ja, das passt, 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 passt. Und jetzt? Jetzt ist gut. Jetzt ist es besser. Super. Ja, das ist immer wenn ich DOTA starte. Oh, vorne, hinten, überall. So, ich gehe noch eine Runde DOTA streamen. Ich muss morgen um 9 Uhr raufstehen. Tschüss. Tschüss. MachsGut. Tschüss. Dann kann ich mal tschüss sagen. Felix ist immer so schnell, Mensch. So, jetzt habe ich hier nochmal alles eingestellt, liebe Leute. Ich starte mal kurz neu. Ich bin dann gleich wieder da, Androma. Bis Gleich. Oh, 10 HP nur noch. Toll. Super. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, heute ist es schwierig. Die Farbe Hubschrauber ist geil. Die Farbe ist aber cool von dem. Da geht man fast ein bisschen auf den Sack. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Feindliche Rocket, das schleppt bald ein. Ja. Warum ich eigentlich nicht so wirklich was treffe heute. Oh, Dr. Claymore. Sehr, sehr nice. Dr. Claymore. Sehr schön. Ja, komm, raus da. So. So, jetzt will ich aber nochmals treffen. Baby, baby, baby. So. Gehen wir mal neue Ziele vor. Oh. Hey, heute ist... Das ist noch weiter. Ich brauche money. Ja, kriegst du. Hat schon. Hat schon, gut. Und ist ein LAV. Ja, mach ihn weg. Nein, aber ich kann nicht alles machen. Also du willst nicht, ja? Hm. Okay. Schöner Schuss. Ah, ich setze mich mal hier hin und trinke einen Kaffee. Ja? Hä? Oh, mein Aha ist zu schwer. Der Stuhl geht kaputt. Ich will mich auf diese Stuhle setzen. Und der geht einfach kaputt. Scheiße. Wo gehen wir denn hin, Scheiße? Sollen wir mal wieder auf die Zunge beißen müssen, dass sie blutig ist. Ehrlich? Du hättest ja auch einfach nur einen Burger machen können. Ja. Ich hab den feindlichen Ernährchen, genau westlich deiner Stellung gesichtet. Ihr wird dieses Einsatzziel verteidigt. Ich laufe mir vor den Wolf heute hier. Einsatzziel Alpha ist verloren. Ich hab Sichtkontakt zu einem feindlichen Panzerwagen. Genau nördlich deiner aktuellen Position. Bestätiger Raketenstab. Aufschlag der Volkswald. Ist hier Action? Ja, gell? Dann bleiben wir hier nochmal. Anscheinend ist westlich deiner Position ein feindlicher Soldat. Hier, deine Google-Mann. Nein, 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 ich schlade gerade nach. Kann man nicht, während man nachlädt, einfach so eine weiße Fahne auf dem Kopf haben? So, did, 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 did? Scheiße. Oh mein Gott. Hier sind deine Kugeln, Mann. Ich hab Sichtkontakt zu einem feindlichen Wurt, westlich von dir. Ihr müsst das Einsatzziel angreifen. Ich dachte schon, der fällt nie mehr um. So, von wo wurde ich dann jetzt angeschossen? Du willst mich messern? Drecksau. Hier ist aber noch ein bisschen was los. Da haben wir doch noch irgendwo einen. Einer ist doch da noch. Yeah, baby. Nice. Ah. Na gut. Auch von da hinten. Du hast mich doch gar nicht gesehen. Franz, Mann. Überrasch. Da fällt mir aber was ein, du. Ich bin jetzt mal ganz leise. Alles kaputt hier. Wie ihr könnt ihr holen, da hab ich alles weggeholt. Ach, hinter uns, Mann. Von wo kommen die dann? Das gibt's doch gar nicht. Ist Bino safety? Keine Ahnung, ich bin tot. Sag einfach, ja. Komm, jetzt mal hin jetzt. Ja. Von welcher Richtung? Aus Richtung A. Ah, ja, okay. Lanze, musst du ein bisschen aufpassen. Irgendwo gibt's hier einen. Der liegt hier auf der Lauer. Da hat mich doch schon jemand entdeckt. Pisser. Hast du ihn? Der ist abgesprungen. Der hat mich alleine gekehlt. Ich hab mir meine KD zunichte gemacht. Oh. Sag mal, da ist doch irgendwo einer. Aber wo? Wo ist der Gegner? Oh. Irgendjemand hat was gegen mich. Im Container ist auch noch was drin. Ist das nicht unser Spawnpunkt hier normalerweise? Was ist das denn? Sniper da hinten bei A. Der liegt ja gut da. Der liegt auch gut da. Ich glaube, ich hab heute nur Platzpatronen einstecken, ey. Das gibt's doch gar nicht. Wo liegt der bei A, Budi? Bitte? Oder bei A. Ich bin jetzt gerade B unterwegs. Wen spielst du? Was meinst du damit, Nadel? Die Frage hab ich nicht verstanden, glaub ich. Das ist noch von der Diskussion wegen Bad Company und wenn ich mich spiele. Ach so. Wo ich's auch immer noch nicht verstanden hab. Hallo Flo. Flo. Floi. Grüß dich. Hi, Floi. Na? Ich vergesse mal das Namen davor manchmal. Ausgeschlafen. Du warst ja auch lange online, ne? Hab ich gesehen. Beim Schnafnase noch. Und bist du, glaub ich, bei Lyra auch gestern Abend noch rein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube. Wo ist noch einer? Ich sieh'n aber nicht. Oder? Bei B? Ja. Kommt das... Kommt jetzt das Boot? Hier drinnen. Okay. Ah, natürlich. Ich bin leer gewesen. Scheiße. Ah. Das Boot. Mich hat das Boot erwischt. El Preiku. Grüß dich. Servus. Hiho, hiho. Schön, dich hier zu sehen. Gut, dass du den Namen ausgesprochen hast. Ja, ich hoffe, irgendwie ein bisschen richtig. Ich kann mich noch rausreden, indem ich's einfach nur schreiben. Oh, 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 oh. Immer hinten in dem Popo. Oh nein. Ach, da unten da. Da hab ich die Schnafschützen bei A weggeholt. Ja, da liegst die nieder. Ja. Hm. Wollen wir mal was ich geholt? Kriegen wir noch hin. Bei B hab ich ohne Quote, ja. Da brüht ich auch raus. Ah, entschuldige bitte, entschuldige. Jetzt habt ihr eine Kiste vor die Nase geschmissen. Aber hier ist auch mal einer, gell? Ja, da kommt einer über den Berg links. Schügellichter dran. Perfekt. War der alleine? Was, ob was wurde jetzt, wann wurde jetzt eigentlich GTA 5 verschoben, ob was, wann? Äh. Irgendwann im März, glaub ich. Ja, irgendwann im März, glaub ich. Doi. Ach, scheiße. Im März ist leider eine Freundin in Japan. Kann der mal das sein lassen, da hier mit RPGern so'n Scheiß zu werfen? Ach, ich... Ach, echt mal sieben Meilenstiefeln hier. 23. März, um so nah zu sein, sagt der Flo. Okay. Und, äh, wir dürfen ihn Rekyu oder Kevin nennen, den, mit dem L davor. Huff, das kann ich nicht abschließen. Was kommt denn hier runter? Oh, russischer Schrott. Russischer Schrott kommt hier runter. Ähm. Kevin, hi. 19. Oh, geil, da freue ich mich. Wovon? Wovon Open Beta? Vielleicht, äh, vielleicht das Gute GTA, das wär doch geil. Dazu jetzt noch ne Beta? Ja gut, ein bisschen Surfer-Test und so. Schlau wär's ja. Wo ist denn der Duty, der hier eben noch gestanden hat? Der läuft da unten bei A. Ah, da unten. Uh, schön in meine Clay reingelaufen. Hehe, aha. Ich liebe Mr. Clay. Mein kleiner Bruder, Mr. Clay. Ich muss mal Acht geben. Open Beta von Battlefield Hardliner. Ach, Hardliner. Oh. Wer kommt? Wer kommt? Ah, damn. Drexu. Drexu ist wieder da. Oh, tach schön, ne? Drexu. 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 So läd' denn jetzt? Grüß dich. Soll's Mocha eigentlich runter? Der ist da am Eingang. Äh, ja, komm rein. Nein, ich geh ihn mal fragen, ob er überhaupt rein will. Bin kurz weg. Warum lädt denn das Com-Center nicht? Lanser, Achtung, bei dir ist irgendwo einer. Nur Probleme heute. Er spricht nicht mit mir. Uh. Ah. So. So. So, versucht nochmal Stream zu starten, dann guckt er Psaunt da rechts. Na klar. So. Stream ist gestartet, herzlich willkommen. Einer Messer unten. Achtung, Oma. Kommt einer hinter mir. Hinter dir. Hinter dir? Ich bin ja unten schon. Ich habe dich gewartet. Ja, aber er kommt auch hinter dir. Nein, nein. Da ist gerade eine Reiche gefallen. Der war wahrscheinlich dein Tor so. Ich komm, ich bin so fett. Ich komm diese scheiß Steine hier nicht hoch. Nicht so viele Burger essen. Hier klebt Blut. Hier klebt Blut. Oh, mein Handy summt und ich, äh. Oh, nice. Ein Follow, danke. Kevin. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, mein Follow-Alert. Der schläft. Vielleicht kommt er morgen oder so. Ich weiß nicht. Das war auch lustig gestern. Ich habe den umgestellt und irgendwie, sorry, aber ich vermisse ihn sehr, mein Follow-Alert. Gut. Das war auch gestern lustig bei Serien Dippin-T, wo sie gesagt hat, Entschuldigung, wenn ich den Namen falsch aus spreche, Exorcist. Oh, jetzt kommt er. Oh, yeah. Jetzt kommt er. Ein bisschen später wäre ich das da. Ich habe das gewechselt auf Twitch-Alert und der braucht echt ein bisschen lange dafür. So, Position in Kö, 1, ne? Gut, das wird schon. Ja, warte, ich mach den Platz 2. Mach den Platz 2, Exo. Was? Rebärin. Mach dir einen Platz auf dem Server frei. Wieso? Ist das deiner? Willst du jetzt ins Bett, oder was? Ist das deiner? Oh. No, schön gestanden. Achso, du musst ja wieder früh raus, du armer. Oh, schade. Ja, nicht. Ich... Ich muss nicht früh raus. Omega hat Urlaub. Ich hab frei worden. Ja. Das Bild war aber voll cool, dein Follower-Bild. Mein Follower-Bild, ja, das ist geil. Der gefällt mir gut hier. Oh, bei A ist ein Panzer, das schmeckt mir gar nicht. Uh, yeah. Ah, man. Besser spät als die. Genau, da hast du recht. Zu spät erkannt. Ich, ich bin unsich... Ich stelle mich hinterm Baum, der sieht mich nicht. Zu spät erkannt, Gefahr gebannt. Fuck. Woody ist im Land, bin ja. Ich hab gedacht, der sieht mich nicht mehr hinterm Baum. Und schönen kleinen Verstecker machen. Ich hab Musik, ich hab Sound, ja. Ehrlich. Und in Farbe. Bunt und in Farbe, ja. Muss ich mal gucken, wie ich hier die Tasten belegt hab. Schrecklich, ey. Buffet erhalten, ja. Okay, dann können wir ja auf Spiel umschalten. Das war welche Taste, das war die. Oh, kein Pausebildschirm mehr. Ne, jetzt erstmal nicht mehr. Ne, die wollen ja auch was sehen, ne. Oh, kein Pausebildschirm mehr. Ich steig mal hier aus. Omega Pferd, das ist mir nicht feuer. Ich fahr ja gar nicht, aber ist nicht schlimm. Achso. Ach, Oli Pferd, das Omega Pferd. Er wird ruhig bis hin zu überfahren. Zumindest was ich grad gesehen hab. Ich hab echt gedacht, der hat mich hinterm Baum nicht mehr gesehen, der Panzer. Ich hab's, ich hab's dran, ich hab ganz fest dran geglaubt. Man kann's ja mal versuchen. Meinst du, sowas wie Marmeladenbrot man auch versuchen kann? Oh, meine Güte, das scheiß Ding. Ne, Marmeladenbrote rate ich ab. Ehrlich? Oh, ich weiß nicht, wo wir hingehen sollen. Die sind so rot und so marmeladig. So marmeladig sind die? Ja. Das ist schon schrecklich. So Marmeladenbrot. Ich hab's Bananenbrot verstanden. Nein. Ja, das ist auch zu bananisch. Bananenbrot, ja gut. Ich mag Bananen. Also ich esse Bananen an sich, aber meistens, wenn sie noch grün sind. Wenn die Bananen noch grün hinter den Ohren sind. Genau. Ja, das schmeckt so nicht. Zu langsam. Doch, die sind dann schön fest. Ich mag die außerdem nicht so süß. Was gibt's denn bei euch so generell zum Frühstück eigentlich immer? Kaffee. Und? Kaffee. Ich hab noch sehr schlechte Frühstücksgewohnheiten. Okay. Ja, Frühstück gibt's das, was grad da ist. Von Pizza, über Toastbrot, über Kaffee, über Chai-Latte. Ja. Pizza zum Frühstück, genau. Das ist wirklich nur sehr selten. Das ersetzt natürlich aber auch den Burger am Mittag, das weißt du, ne? Ne, der wird trotzdem gegessen. Du musst ja irgendwie mein Gewicht halten. Das kommt ganz drauf auf dem Wochentag. Das ist deine Munition. Ja? Definiere. Man gibt... Ach so. Damstag, Sonntag gibt's quasi dann, äh, steh ja relativ spät auf. Dann gibt's Schini-Weißwürst. Am Sonntag, natürlich. Echte? Ja, was dann? Zuschelst du, äh, zuschelst die du, äh, du... Zutze, nicht schuscheln. Zutzelst du dir auch? Nein. Nein? Nein. Nutella? Oh yeah, Nutella ist geil. Geben sonst auch keine Wurst in den Mund. Äh, ich weiß, warum das alles so ist. Kevin befragt in Omega, äh, ähm, ob er ihm Tipps geben kann, wie man am besten Helis-Jets mit dem RPG-SMAW vom Himmel holt. Ja. Hm. Und Float isst Nutella zum Frühstück. Nutella ist geil. Ich mag auch Nutella. Nicht immer, aber... Nein, wenn gibt's Erdnussbutter. Ja. Ich war so konzentriert auf die Frage, wie ich versuche, mit ner, mit ner RPG umzugehen, also... Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Also, mit ner RPG... Warum steige ich da ein? Jutzweckhauen geht immer, aber nen Jet hab ich, glaub ich, noch nicht wirklich getroffen. Also, das ist echt schwierig. Warum steige ich spät hier ein, Butti? Jutz, froge mir jetzt das. Weil du Butti magst. Weil Butti dein Anführer ist. Ja. Das ist es wahrscheinlich. Da läuft jemand, Butti, da läuft jemand. Da wo denn... Nach vorne, also da, wo ich bin. Jetzt nicht mehr. Weg ist er. Von jedem angehittet. Oh, Achtung, rechts von euch, Achtung. Ich hatte gerade einen 200er Ping. Ich weiß, ob man das so kacke läuft hier, scheiß Internet. Ping? Ja, mein Ping war gerade ziemlich schrecklich. Also, bei uns gibt es relativ viel Nutella zum Frühstück. Auch allein wegen den Kleinen, wegen den Kindern. Die leben das Nutella. Komm, das bist doch nur du, Omega. Das sind doch nicht deine Kinder. Das ist eigentlich nur der Lars. Und die Maike. Achso, naja. Also, wenn ich mir das nicht selber machen muss, dann ist Alice am liebsten zum Frühstück eigentlich ganz, ganz viel Obst. Ja. Eigentlich. Aber das ist so... Eee, Tau mal her. Das ist einfach nur so gesund. Och. Ich mag das richtig frisch am Morgen zu essen. Aber meistens ist es nicht da und dann mache ich mir einen Toastbruch und Erdnussbruch. Das ist total das Gegenteil. So ein richtig schönes Leberkäsbrötchen, so ein frisches, ist auch gut. Na, nicht mehr. Nee, Wurst kann ich nicht so früh am Morgen. Das ist das Einzige. Boah, das ist kalt. Aber, äh, früher am Morgen heißt bei mir, äh, vor zehn essen ist sehr selten. Wir haben einen... Vor zehn essen ist sehr selten? Ja. Ist ja auch nicht... Ist ja auch nicht so gesund. Ja, ich hab Kinder, genau. Ja, wenn ich ab zur Uni gehe, ist es einfach mehr, wenn ich so um 8 aufstehe oder um 6 aufstehe, dann ist das zu früh. Bis morgen. Dann will ich nichts essen. Haus ab und mach's gut, mein Lieber. Tschüss. Tschüss. Ich werd mal kurz einen längeren Text vorlesen, will ich jetzt nur sagen. Also, ähm, äh, PQ sagt, der Unterschied von APG zu SMAW ist, dass der, äh, ich nenn's jetzt Smuff, Smuff gerade und schneller fliegt und die APG mehr etwas langsamer und mit einem leichten Bogen und einem Jet hab ich bis jetzt auf ein, auf Hainan Resort oben auf dem Haus runtergeholt, als er direkt über mir war. Ja, zockt es aber auf Konsole. Ja. Und Flo, äh, ist ganz verwundert, dass der Omega Kinder hat. ya hat sie wohl. ja. Ja, ja. Vielen Dank.